Eine ziemlich offensichtliche Scheinfirma der Kellys hat hier ein Büro. Da wird der Keylogger nun sein. Und außerdem ein Haufen Schießwütiger, die sich den ganzen Tag langweilen. Du rennst also von einem direkten Angriff ab? Ich persönlich fände es ja lustig, aber dir würde der Tod wohl nicht so viel Spaß machen. Außerdem gibt es ein umfangreiches Netzwerk, durch das sich ein Spider-Bot bewegen könnte. Dann schauen wir uns mal um. Schau dich, dann können wir Kastella machen. Na ja, wir müssen wahrscheinlich hier mit dem Spider-Bot hier hoch. Da muss er denn erst mal hier hoch bekommen. Hier ist ein Kopfhörer, schau dich vorbei. Okay, das klingelische Gebiet hier unten. Ich hoffe, das Ding funktioniert. Oh, fuck. Da kommt er. Hey, yo. Bin gleich fertig mit diesen, ähm, seltsamen Laufwerke zu bügeln, die völlig okay sind. Sie wurden formatiert und alles. Sauber. Buffet von ganz oben. Man kann wohl nie vorsichtig genug sein. Jede Menge belastendes Zeug, das man nie hätte aufschreiben sollen. Geschweige denn auf Festplatte speichern. Wie? Wie was? Willst du mich verarschen? Da war alles drauf, weißt du doch. Schmiergeldverbindungen zu den Bogen, Entferlamente, Geschäftskontakte, Bogenverteilung. Sogar ein Prototyp von der Golden, wie auch immer. Miss Kelly will nicht, dass wir darüber reden. Aber darauf sind keine verwirrtbaren da. Sie hat es nun mal gerne gründlich. Nichts ist gründlicher, als die Dinge zu klub einzustampfen. Gilt eigentlich für alles. Oder für jeden. Ist du okay? Du bist nervös und verschwitzt. Ganz schön nach vorne, warum ich so? Das ist nichts. Hab mich nur verschluckt. Was ist das dann? Lass das. Das ist nichts. Shit, bist du verkabelt? Lass mich. Hör zu. Du scheiß Spitzel. Dich wird sie nicht einstampfen lassen. Dich wird sie in Stücke hacken und zu Hundefutter verarbeiten. So, mal schauen die, Majora. Wo wir das Ding hier zünden, dass wir noch hier hochkommen oder so. Jetzt haben wir den Aufzug oder so, ist der da schon. Nein. Okay. Hier ist ein Gerüst, jetzt kommen wir hier hoch. Das macht's ja, oder? Nein. Ich muss mal kurz schauen. Ah, hier ist der Eingang. Gut. Hier haben wir eine Hufbühne. Das macht's ja auch noch. Ohne haben wir so noch, ja. Und moin. Ich hoffe, das ist so geplant, wo wir da drinnen, ja. Wir müssen mit dem Gerät das rüber machen, denke ich mal. Wir sind hier, um sie zu beschützen. Wir sind hier, um sie zu beschützen. Diee wocappelt. Ich hab. Okay, das macht's Spaß. Diee wocappelt. Ok, dann haben wir das jetzt zuhören. So, die Frage, ob das so gewollt worden ist. So. Jetzt hier lang müssen. Ja, ohne Sicherheit. Ja, hier geht's runter. So. Hier ist noch ein Durchgang. Gut. Ja, dann müssen wir hier lang kommen. Ja. Wuh, der ist auch knapp. So. Wuh, 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 wuh. Wenn man sich wundervoll ist, auf jeden Fall ist es so nice, weil... Ich muss mal von vorne anfangen. So. Ich hätte eigentlich lieber meinen Spider-Bot, weil da irgendwie agil aus ist, als der Haufen. Ich habe auch das simpel Gefühl, dass wir hier herkommen. Komm mal her. Naja. Boah. Verdammt, hier, komm mal her. Ist noch eins runter? Hier geht's noch sehr tief runter. Wir müssen wahrscheinlich schon rüber. Hier ist ein Kummer da. Ja. Wir müssen wahrscheinlich hier noch drauf. Das ist wo? Nö. Jawoll. Jawoll. Ja, ist hier auf uns jetzt nicht geplant. So. Bist du drüber? Ja. Das ist schon gar nicht lustig. Jetzt müssen wir jetzt hier hoch drüber. Ja. 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 Das ist mir belastet, muss ich sagen. Okay. Und der Moin. Was ist das denn, wenn ein Spider-Bot machen? Wir müssen aber schon komplett mit einem Spider-Bot hier hoch. Jetzt sind wir ja auch hier, ist ja blöde. Wir sind schon gerade gelöst. Ich soll sie hochklettern, danke. Okay. Die Spin-Shield, schön. Und nun? Ich muss doch das jetzt so ein bisschen los, das Leverlich-Haus. Also hier steht ich gerade nicht auf dem Schlauch. Das ist doch schon ohne geplant. Na gut, na schön. Aber wie rieset ihr ja auch sonst hochkommen? Hier sind jetzt ein Loch drin. Das interessiert mich jetzt brennend, wie du jetzt hier hinkommen willst. Und hier drüben. Hier. Hier. Hier sind mich gerade brennend. Und hier. Hier ist es. Hier. Von dort. Von dort. Ja. Ja. Na ja. Haben wir so geschafft. Hab den Keylogger. Jetzt sind die Daten dran. Guck mal, da ist ein Gebiet. Das ist so Schittinger zu empfunden. Hau da? Danke. So, jetzt müssen wir mal ein paar Obtagen tiefer. Das einfachste war gewesen, wenn wir jetzt mal wieder hier oben langlaufen. Genau hier. So, wieder dran. Dankeschön. Rate mal, wer jetzt Kelly-Passwörter hat. Gehen wir. Das tut neu, ja. Anscheinend wird das Geld in AirGap-Servern in der Bank of England gelagert. Da kommt man nur persönlich ran. Willst du etwa sagen, dass wir die Bank of England ausrauben müssen? Ganz genau. Hey, wenn man schon eine Bank ausraubt, kann man auch gleich mit einer schwer geschützten Nationalbank anfangen. Wie ich immer sage, werde ich von jetzt an jedenfalls. Ja, mit dem Überfall. Machen wir mit dem nächsten Video weiter.